So, einfach schnell, der Baum ist da Und ich will sagen, wir setzen schnell das Pult rein Okay, ja, ich hab's gerade auch noch zufällig gesehen, weil ich gerade gucken wollte Was? Und dann direkt War dieser Baum da? Da ist der Tiger Jetzt weiß ich noch nicht, wie das hier ist Mit dem Löwen Benutzen Hä? Hä? Was passiert jetzt? Ah Steigt jetzt sozusagen in den Himmel auf Und das war auch sein bester Freund Anscheinend Den er verloren hat hier Und es ist gerade die gute Idee, dahin zu teleportieren Weil wir haben Ihr seht kaum Mana, etc Und das ist glaube ich die ganz gute Aktion Sich dahin zu porten Da wir diese Mission geschafft haben Und jetzt einmal komplett außen rumlaufen können Damit es weitergehen kann Ab zum Master Felix Mal schauen, was es denn zu brichen hat Was? Was? Oh, finally made it I see Das ist so strange, wie man ihn hat, wie die Trier. Es ist einfach nicht so leicht, um ihn herum zu sehen. Aber jetzt ist er, dass er, was er ist, und er ist sicher. Er war der erste Saber zu öffnen. Das ist wirklich toll! Es ist dank zu ihm, dass ich heute bin. Ah, ein Glöckchen, das Glöckchen. Für den öffendlichen Sibbelzahntiger bei... Ah, geil. Geil. Natürlich. Jetzt habe ich ein Sibbelzahntigerchen gar nicht mehr rufen. Das ist geil. So. Gut, schauen wir mal noch hier mit unserem Freund hier noch. Na, ich werde nicht mehr... Nicht mehr zu Besuch kommen, denn ich muss Besuch irgendwo in irgendeiner Stadt machen. Piratenbucht. Wo werde ich jetzt hin deportiert? Wow, okay. Äh, ja, komisch. Okay, ich habe mehr. Ne, gehen wir da hin. Oh, nein. Ach so, hier. Kann ich mir jetzt teleportieren? Okay, hier mehr. Oh, super. Hatte schon Angst. Oh nein, ich will nicht. Nein. Hopp. Super. So, Omaichin, ich will mit dir noch reden. Kannst bestimmt sein, wer den nächsten Level bekommt, oder? Äh, oder bist du das gewesen, Juni? Weißsaug. 13.000. 10.000. Äh, 1.6. Okay. 5.000. Okay, 1.6. Dann ist sie die nächste. Sauber. Dankeschön. Ah, super, hier vorne. Ach, ich bin hier durchgegangen. Nein. Da, ja. Kann ich jetzt. Probieren wir mal aus. So. So. Geil. Das lohnt sich tausendmal mehr. Dann kommen wir schnell von A nach B zu den Orten. Als uns ganz da tieher rumzulaufen. Äh, so. Einmal so. Gott sei Dank, der Turbus nicht angeschaltet ist, aber. Einmal wum. Und hier würde ich gleich sagen, eine Megastärkung kann. Jetzt haben die so 38. Plus 15. Plus 15. Oh, die haben ein bisschen mehr. Sind wir bei 61, äh, bei 69 mittlerweile. Nein, der fehlt jetzt aber auch noch mal. Fünf, okay. Äh. Machen wir noch mal das hier. Und das hier. Und den Rest machen wir mal verstandene Angriffe. Weil die meisten die stärksten sind, die ich wirklich benutzen kann. Okay, das hat nichts gebracht. 17, ja. Ah, die FPS-Einbrüche, die sind schrecklich hier. Bei dem Spiel. Alle vier in jenseits. Das heißt, wir hatten jetzt, ähm, was um 80, 86 hatten wir jetzt. Okay, das kann man noch überwältigen. Aber ich frage mich, wie geht man da jetzt hochkann oder nicht? Aber ich glaube ja weniger. Oh. Ich glaube, da scheint es keinen Weg hochzugeben. Wow. Ich glaube, dann mache ich den einfach hier. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste, was man machen kann. Du musst einmal Flammen ausstößen. Das wäre, glaube ich, sinnvoll. Ah, die halten auf jeden Fall gut aus. Das ist super. Okay, nächster down. Komm, stöß deine Flamme aus. Jawohl. Geht der nächste schon mal gut down? So will ich es auch haben. Nächster, noch zwei. Wie kann ich jetzt Glück haben, down zu bekommen? Bitte Gold. Ah. Okay, dann reicht ein Standardangriff. Vollkommen aus. Oh, 162. Crit.